willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans free to play mit mir den torsten und ich gucke mir gerade den buster jahren und mir fällt auf ja die leute leveln hier im clan free to play aber irgendwo ich hätte ich hätte fast gesagt machen sie nicht das richtige dann kann man ja nicht sagen jeder ist ja anders jeder hat andere prioritäten wie er sein dorf wachsen lässt aber die armeelager die sollte er sich hier hochklopfen das muss ich mal sagen alles andere ist erstmal nebensache hauptsache erstmal viele viele truppen und dann kannst du irgendwo deine def leveln aber ich meine ist ein rathaus 5 und geht so ganz stetig auf scheinbar auch gerade so geworden denn die clan burg obwohl die geht glaube ich auf fünf noch gar nicht auf 20 die geht es auf 6 auf 20 aber anhand der mauern und so sieht sieht man das und ich glaube auch bauarbeiter bauarbeiter wie viele bauhütten hatten er wie viele bauhütten hatten er wieso finde ich jetzt die bauhütten ich hatte eine bauhütte hat er da und hat er noch eine bauhütte eigentlich hat man ja zwei bauhütten zu anfangen aber ich sehe ich sehe jetzt gerade die zweite nicht als eigentlich der hat nur ein bauarbeiter das kann jetzt nicht sein oder das kann jetzt echt nicht sein hatte echt nur ein bauarbeiter ich finde die zweite bauhütte nicht nur ein bauarbeiter kann ja ich glauben okay da ich dachte gerade er hat nur ein bauarbeiter mann 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 nein mann hat ja irgendwie immer zwei bauarbeiter okay hatte zwei bauarbeiter wir wollen aber heute den vierten bauarbeiter bekommen denn ich hatte euch ja gesagt es gibt erst eine neue folge wenn ich vier bauarbeiter habe habe ich nicht aber trotzdem ist die folge da hier im clan free to play tun wir uns vor allen dingen im moment ein bisschen schwer was vor allem gegnersuche angeht komme ich aber gleich zu ich würde sagen wir holen uns erst mal den vierten bob rein und aber ihr seht mein dorf wächst 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 geht auch ganz stetig voran auch mit drei bauarbeitern geht das erstmal vier sind etwas schnittiger 745 gems habe ich auf dem konto aber wir können uns die clanspiele abholen ich habe 775 punkte das ist jetzt nicht volle punktzahl aber einige sachen waren auch bock schwer bzw die musste ich dann leider abbrechen weil nicht schaffbar und aber hier liegen ja einige gems für mich rum und die nehmen wir uns heute auch mal das heißt also wir nehmen die 100 gems wir nehmen die 30 gems hier fünfmal 36 denn die beiden tränke die bauarbeiter tränke würden nur 20 gems geben dann haben wir hier noch mal 70 gems die schaufel gibt 50 hier können wir auch die 40 nehmen würde ich sagen und hier nehmen was gold die beiden potions brauche ich nicht habe noch keinen uhrenturm und jetzt die den powertrank brauche ich auch nicht so wirklich im moment brauche ich mehr gold und vor allen dingen gems ich gucke mal ob wir jetzt wir müssen eigentlich die 1000 jetzt überschritten haben beziehungsweise ich habe ja die schaufel und noch die 30 gems hier von den mauerringen noch im petto auch haben wir noch nicht haben wir noch nicht mist mist da muss ich die schaufel doch leider verkaufen okay die schaufel bringt immerhin 50 gems dann da dann sind wir jetzt gerade so fünf drüber und können uns endlich den fünften bauarbeiter holen hier gehen wir mal auf das plus und zack da ist ja die nächste hütte wo wolltest du sie hinsetzen nehmen wir jetzt mal hier ich muss mir sowieso eine ordentliche base bauen also fünf bauarbeiter hier jetzt am start aber ich habe nicht mehr ganz so viel gold und elex oder doch hier ist noch ein bisschen was drin ist noch ein bisschen was drin 900.000 was können wir machen was vielleicht nicht ganz so lange läuft dann können wir ein paar mauren noch machen heute oder so sechs stunden ja das können wir machen und ja warum ist das hier eigentlich so schwierig im free to play plan 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 planlos sind 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 wir hier nein im free to play clan weil wir keine gegner finden ich musste wirklich hier zweimal die gegnersuche abbrechen nach einem tag weil wir keine gegner gefunden haben also 50er ich habe es dann etwas anders gemacht vielleicht für euch als leader da draußen wenn ihr auch nichts findet mit großen mit großen cks ich habe jetzt jeden zweiten einfach mitgenommen dann haben wir 25 da haben wir dann nach ein paar stunden immerhin ein gegner gehabt und der ist zwar ein bisschen stärker oben aber ich glaube das nicht ganz so schlimm der rest glaube ich passt passt wieder ganz ganz gut hier ich lasse mich da überraschen aber dann geht sie wenigstens weiter dann geht es wenigstens weiter denn wir sind auch clan level 2 geworden das heißt also wir haben jetzt schon die nächsten errungenschaften hier beziehungsweise die clan vorteile also 15 minuten warten wenn man die nächste spende erwartet und auch extra storage in der in der kiste bzw hier in der schatzkammer und dann geht er schon mal ein bisschen mehr jetzt rein 1,32 millionen das geht ja schon als rat aus level 6 ja ich habe es nicht nicht wirklich geschafft mal so ein bisschen zu pushen hier das muss ich jetzt auch gar nicht mehr jetzt kann ich eigentlich wieder ganz normal fahren denn ich bin jetzt ich habe ich hatte jetzt immer riesen gebaut riesen und ein paar loons und so den können wir eigentlich mitnehmen können wir eigentlich mitnehmen aber das ist nach der hatte ist auch ein bisschen schwer ne der ist zu schwer den können wir nicht mitnehmen der ist zu schwer dann suchen wir uns über ein anderes opfer als den achter mit dem bombturm das überleben meine truppen nicht nicht einmal an der stelle und ja wie gesagt ich brauche jetzt nicht mehr so unbedingt pushen kann also so ein bisschen meine angriffe üben ich habe jetzt noch habe ich zwei blitz zauber dabei ich habe aber schon den heil zauber frei das heißt also in der nächsten armee habe ich in jedem fall ein heil zauber und wir können hier außen schon mal langsam anfangen etwas weg zu machen ohne dass die defense daran kommt aber ich glaube das ist auch alles gewesen oder das war auch alles okay was müssen wir weg machen die luftabwehr wir nehmen mal die luftabwehr hier erst mal so ein test riesen hier vorsetzen ich dass da noch eine falle ist aber die fallen sehen jetzt gerade so ausgelöst aus und dann nehmen wir mal unsere mauerbrecher hier rein die habe ich jetzt auch an die die sind noch nicht gelevelt die müssen noch leveln an der stelle mal sehen ob jetzt zwei blitz zauber hier reichen für für den ollen minwerfer die reichen wunderbar dann können wir hier schon mal mit unseren loons reingehen was habe ich in der klönburg moorriesen ok nehmen wir nehmen wir mit hier kein thema und dann können die leute auch wieder so ein bisschen spenden man also ich verbrauche hier die klanburg unheimlich sage ich mal hat auch den hintergrund das natürlich beim a müssen wir hier nicht sparen und b sollen die leute ja auch spenden es gibt ja auch eine spenden quest macht doch damit die kanone weg jetzt schaffen die die kanone nicht ok packen sie doch ok und die luftballons schaffen da auch den bogenschützentum ah nicht ganz doch jetzt gerade so gepackt so geht das hier naja im klankrieg nehme ich sicherlich die heilzauber und nicht den die blitz zauber muss ich muss ich mal sehen da muss ich jetzt auch erst mal wieder mit klarkommen und den nehmen wir aber erst mal ganz mit glaube ich ich weiß nicht genau ob wir jetzt schon den bonus haben ich war hier immer mal wieder drauf auf dem account habe dann aber nicht wirklich doch okay den bonus haben wir hier und dann kann ich hier noch mal wieder anfordern ich nehme jetzt aber leider mal wieder kobold leute ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm beim farm denn die armee hier dauert jetzt im moment ziemlich lange könnte sie ach kommen wir nehmen die wir nehmen die die dauert jetzt ziemlich lange weil ich nur zwei kasernen habe ich habe eine kaserne im ausbau noch 15 stunden das noch ganz schön lange und aber dann habe ich heiler dann habe ich meine heiler das dann habe ich nicht mehr truppen aber heiler riesen normal mal sehen was mit so einer kombi geht ich nehme gerade mal die riesen und die lunze nach vorne und dann machen wir in jedem fall noch einen zweiten angriff ich lasse mir eben mal hier was rein spenden und dann geht es ein bisschen weiter sollte auch nur so ein bisschen so eine kleine update status folge sein wie es hier eigentlich so weitergeht und welche problemchen wir hier eigentlich haben um vollheit problem haben wir hier nicht wir sind die 50 von 50 auch wenn schon ein paar gegangen sind fairerweise sind sie gegangen so nach dem motto scheiße toto ich habe doch reingegammt hier oder habe doch was gekauft naja ich meine ich kann es nicht überprüfen leute ich bin nicht 007 und letztendlich wäre es mir wäre es mir egal damit muss muss euer gewissen klarkommen und nicht mein gewissen also wenn ihr dann doch mal einer in 80 gems investiert oder vielleicht doch hier eins der paket hin gekauft hat weil es halt auch so nett war ich meine dass das ultra coole paket ist ist raus hier mit den mit den ganz ganz vielen gems und ja die anderen beiden ich weiß nicht das müsst ihr wissen ist mir egal ich gehe auf jeden fall gleich noch mal mit euch in die gegner suche lassen wir mal eben was spenden und dann machen wir natürlich noch ein bisschen farmen auf hohem niveau hier rathaus 6 im clan free-to-play oder sieht gut aus denen wir mit denen nehmen wir mal mit ich gucke mal ob der clanburg hat oder klanburg verdammt ok klar wo können wir die denn hinlocken ohne dass irgendwas beschuss kriegt nicht wirklich irgendwo hin ich gucke mal ich lass mal was langsames laufen die sind jetzt ein bisschen langsamer die riesen hier und dann setzen wir mal das glaube ich dahinter wir nehmen die klanburg hier auch hinter und dann machen die das hoffen hoffentlich hier ich gucke mal die packen das wunderbar und dann gehen wir wieder hier hier rein denn mit den mauer brechern ja sind wir drin wunderbar okay auf der anderen flanke ist natürlich jetzt ein bisschen doof wegen dem wegen dem minwerfer aber ich habe ja die heilzauber ich habe ja den heilzauber und guck mal wann die luftabwehr da endlich weg ist und dann können wir hier 1 2 3 1 2 setzen und dann heilen wir die auch mal durch mal sehen ob das funktioniert luftbombe da aber der heilzauber war jetzt gar nicht war der gut oder war der gut der war gut der war super der heilzauber ok der hat meine ganzen lucia nochmal durchgehalten also wunderbar heilzauber ist ganz gut ich glaube den nehme ich den nehme ich dann lieber mehr mit als den blitzauber allerdings ist meine armee jetzt auch schon ziemlich teuer ich brauche jetzt allerdings auch viel elixier denn ich will ja noch so ein bisschen jetzt auch den heilzauber dann level aber die armee ist jetzt ziemlich teuer ich habe eben noch mal nachgeguckt die kostet schon 87.000 das heißt ich muss immer mindestens irgendwo über so 100.000 haben damit ich wenigstens mit ein bisschen gewinn hier raus gehe aber ich glaube das funktioniert hier ganz gut und ein paar pokale haben auch gemacht wunderbar auf dem weg zu 1250 zu den nächsten gems nämlich und ja dass die armee hier sehr sehr lange dauert 23 minuten alter falter jetzt obwohl im quick train müsste man das eigentlich auch sehen da sieht man eigentlich immer die zeit wie lange sie braucht ich gucke mal gerade erdet ja hier sieht man auch die zeit 35 minuten dort dauern alleine 150 kobe ist und naja was willst du machen wir nehmen die armee aber trotzdem noch mal mit quick train so passt das ja jede gespendete truppe wirft sich natürlich jetzt so ein bisschen zurück denn ich habe eben drei riesen verspendet das heißt also drei minuten quasi verspendet im moment weil ich halt nur zwei kasernen habe ich werde die kasern mal jetzt die nächsten tage fix durchleveln dass ich die laufen ja auch nicht lange 16 stunden glaube ich läuft die kasern habe ich eben erst angestoßen da ist hier in der übersicht vielleicht noch ein bisschen besser zu sehen also die baracken hier 15 stunden 19 minuten wie gesagt habe ich eben erst angeworfen und sollte ein bisschen update status sein hier ich hoffe das freut euch dass ich euch immer so ein bisschen auf den laufenden halte hier aus dem free to play clan also gegnersuche hat jetzt doch funktioniert ich hatte schon sorge dass die leute hier ich meine wir werden dann natürlich auch ein bisschen umgehalten so nach dem motto da müssen wir was machen und wir haben aber reagiert und ich hoffe das geht dann so weiter ich werde mir die namen jetzt mal wegschreiben wer jetzt im ck ist damit dann im nächsten ck die anderen 25 dann auch spielen ich glaube das ist auch fair einige haben wir auch geschrieben so passt das ganz gut finde ich auch ganz gut ich hoffe die folge fandet ihr jetzt ganz gut wenn ja dann lasst mir ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen am kanal dranbleiben und vor allen dingen morgen abend am mittwochabend im live stream habe ich eine gml partie für euch aus der prime season 6 nämlich 11 original original gegen disabled also mal so ein paar stunden volle klangkriegs action bei mir auf dem twitch kanal link ist unten in der beschreibung bzw ich blende ihn euch jetzt noch mal ganz ganz kurz ein und dann würde ich sagen bis dahin leute euer tuto fest